Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen und dies ist Großkönig Marek, der Herrscher über Crotonia, Sohn des Gottkönigs Jaromar. Ja, und ihr merkt schon, er nennt sich selber nicht Gottkönig, weil er ist ein Zyniker und das ist ihm doch eine Nummer zu groß. Wir kommen gleich noch drauf zu sprechen. Also Großkönig ist jetzt der offizielle Titel. Und ihr seht auch, er hat sich eine Krone gewählt und diese Krone soll zukünftig die Krone der Großkönige von Crotonia sein. Vielleicht zum Hintergrund, die Krone ist ins Spiel gekommen über eine Mod, die ich verwende. Meine Modsammlung findet ihr als Link in der Videobeschreibung. Und da kann man sich nämlich wunderbar frei diverse Kopfbedeckungen aussuchen. Und das ist eine Krone, die normalerweise mit Turban getragen wird, was natürlich nicht passt. Aber diese hier finde ich, sieht insofern prächtig genug aus für einen Großkönig, aber sieht nicht so klassisch westeuropäisch-christlich aus. Deswegen habe ich die gewählt jetzt hier. Wo wir bei dem Thema sind, gehen wir mal hier raus, seine Brüder, die ja Könige sind. Die haben jetzt auch ein spezielles Kronenmodell, das ich jetzt immer zuteilen werde. Das ist dieses hier. Also das ist die Königskrone in Crotonia, aber eben nicht die Großkönigskrone. Außerdem habe ich noch die Krone der Großkönigin entsprechend ausgewählt und angepasst. Sieht hier auch etwas exotisch aus, aber finde ich ganz, ganz schön. Also das ist zukünftig die offizielle Krone der Großkönigin. Hier im Spiel ist das der ungarische Stirnreif, falls euch das interessiert. Ja, willkommen zur neuen Staffel, sage ich an dieser Stelle nochmal. Und diese erste Folge dieser Staffel wird eine etwas besondere Folge, weil es natürlich ein großer Umbruch ist zwischen Jaroma und Marek. Und zwar erstens haben wir viel zu tun. Wir müssen viel organisieren. Und zweitens müssen wir vor allem uns mal über die Ausgangslage jetzt nochmal bewusst machen, was ist Marek eigentlich für ein Typ? Was will er, was will er vielleicht nicht? Was ist so seine, ja, was sind seine Charaktereigenschaften, seine Motivationen? Und das Gleiche sicher auch betreffend der Brüder, der Könige, die ja jetzt in Zukunft eine große Rolle spielen werden. Also insofern werden wir in dieser Folge nicht viel Zeitfortschritt erleben. Das als kleine Warnung vorweg, aber sowas muss halt auch immer mal sein. Okay, ich würde sagen, wir starten einfach mal mit Marek und seiner Frau und überlegen, was ihn so prägt, wie er so ticken würde. Und wir gucken uns jetzt mal die wesentlichen Eigenschaften an. Also als Charaktereigenschaft zynisch. Marek glaubt zuvörderst an den Eigensinn anderer Menschen. Sprunghaft. Marek entscheidet sich ständig in allem um, was sein Verhalten schwierig vorherzusagen macht. Und hinterlistig. Lügen und Betrügen liegen in der Natur von Marek. Er selbst ist sozusagen als Diplomat ausgebildet worden. Wir wissen, dass er in seiner Jugend auf der Jagd mit seinem Vater einen Bauern, glaube ich, umgebracht hat. Dadurch ist er so ein bisschen als Mörder verschrien. Das ist tatsächlich auch ein Problem im Reich. Viele sehen ihn entsprechend dieser Geschichte. Aber wir wissen nicht, ob das wirklich jetzt aus sadistischer Absicht oder ob es ein Unfall war. Ich glaube persönlich eher Letzteres. Und es hat sich so entwickelt, dass er eine eifrige, frohe Natur ist. Marek hat am berauschenden Lebensstil aus Gelagen und Ausschweifungen geschnuppert und giert nun nach mehr. Und was für mich noch wichtig ist, da diese Sachen ja sehr in viele Richtungen interpretierbar sind, ist natürlich wichtig, was er bisher hier für einen Lebenswandel gepflegt hat. Und das ist jetzt, glaube ich, mit entscheidend dafür, wie wir ihn interpretieren können. Er ist Familienhierarch. Also es scheint ihm sehr darum zu gehen, die Familie zusammenzuhalten. Die Familie steht ihm über alles. Er hat hier unten auch die Eigenschaft Patriarch dadurch erhalten. Gucken wir uns das nochmal ein. Ein Mensch, der sich ganz seiner Familie und dem Wohlergehen seines Hauses verschrieben hat. Okay, jetzt müssen wir das irgendwie in Beziehung setzen. Als erstes, am interessantesten ist vielleicht hier das Zynische. Und das Zynische ist ausdrücklich im Spiel eine Gegeneigenschaft zum religiösen Eiferer. Das bezieht sich also zuvorderst auf den Glauben. So, wie können wir das jetzt interpretieren in Bezug auf diese Glaubensentwicklung unter Jaromar? Ja, Marek findet das, was Jaromar gemacht hat. Also Jaromar hat das natürlich auch aus machtpolitischem Kalkül gemacht. Aber Jaromar versteht, glaube ich, die Bedeutung von symbolischen Handeln und religiösen Riten und sowas alles. Und hat das durchaus in dem Sinne ernst gemeint, dass er wirklich diese Linie, diese göttliche Linie etablieren will im Rahmen seiner Dynastie. Natürlich aus machtpolitischen Gründen. Marek wiederum hat das komplett durchschaut und kann das Ganze persönlich überhaupt nicht ernst nehmen. Und kann auch andere Leute, die das ernst nehmen, wiederum nicht ernst nehmen. Aber ich denke schon, dass er jemand ist, der das so wie sein Vater ausnutzt. Aber er steht da in keinster Weise dahinter. Er findet das eigentlich total lächerlich, was da passiert. Und insofern auch solche, ja, so ein bisschen so Relativierungen, dass er sich zum Beispiel jetzt nicht Gottkönig, sondern nur Großkönig nennt. Dennoch wird er die, ich sag mal, diese Klaviatur dieses neuen Glaubens spielen. Aber er wird es nicht übertreiben. Er wird zum Beispiel jetzt keine riesigen Tempel oder sowas gründen und sich so richtig da reinbegeben. Also ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied. Das sollten wir als erstes bedenken, meines Erachtens. Das zweite ist das Thema Sprunghaftigkeit. Und das ist durchaus ein schwieriges Thema, weil am Ende geht es dabei darum, wie man irrationale Entscheidungen in so einem Rollenspiel darstellt. Ich tue mich da immer sehr schwer, auch bei den Sachen mit wahnsinnig. Es gibt diverse Vorschläge, wie man es machen könnte. Also ich will jetzt hier keinen Idioten spielen oder jemand, der einfach nur immer unsinnige Entscheidungen trifft. Aber ich glaube, wir können eine Sache festhalten, nämlich die Tatsache, dass er anders als Jaruma keinen Masterplan hat. Es gibt kein großes Ziel, das er erreichen will. Natürlich macht er halt, das will jeder Herrscher und dass es irgendwie stabil ist und irgendwie in Ordnung läuft. Aber er hat jetzt keinen Masterplan, er weiß nicht genau, wo es hingehen will. Er hat kurzfristige Ziele, die sich vielleicht auch ändern können. Eine Sache können wir in der Beziehung durchaus auf jeden Fall mit berücksichtigen, dass er jetzt hier zum Beispiel nicht ganz konstant hier durchgeht, diesen Lebenswandelbaum, sondern vielleicht mal wechselt, vielleicht sogar den Schwerpunkt einfach auch mal wechselt, solche Geschichten. Also so würde ich das interpretieren. Kurzfristige Ziele, Wechsel des Lebenswandels. So, Hinterlistik. Hinterlistik ist einfach nur eine Art und Weise, wie man Dinge angeht. Lügen und Betrügen, das liegt ihm im Blut. Das heißt, natürlich ist er auch irgendwo ein Machtpolitiker, aber er schreckt nicht zurück, eben für seine Interessen entsprechend Hinterlist zu nutzen. Da gibt es ja einige Möglichkeiten. Und er schreckt auch nicht vor Mord zurück, wenn es sein muss. Wobei, hier muss man jetzt ganz aufpassen. Das steht natürlich im großen Widerspruch zwischen diesem Patriarchengedanken. Also Mord innerhalb der Familie, das ist, glaube ich, für ihn undenkbar. Andere hinterlistige Dinge durchaus nicht. Das ist das, was ich zu ihm jetzt an dieser Stelle sagen möchte. Ja, das Gesellige, das kommt dann eben noch hinzu. Und er hat kurzfristige Sachen hier. Jagdtrophäe, Vertraute, gute Grundlagen. Naja, okay, aber nichts, glaube ich, Entscheidendes. Vielleicht zur Großkönigin Irena ist es. Eine Pommersche unseres Glaubens. Aus der gleichen Dynastie im Übrigen. Lubitsch ist auch die Kutoi-Dynastie. Sie ist mitfühlend, arrogant und ehrgeizig. Und das ist insofern interessant für uns, weil sie ist Nachfahre von Herzog Leszek von Großpolen. Ihr erinnert euch noch an den Alten. Und ich denke, sie wird ihren Mann Pi sacken in der Hinsicht, dass dieser Anspruch umgesetzt werden soll ihres Großvaters, dass sie das Herzogtum von Großpolen zurückhaben möchte. Das ist, glaube ich, vielleicht die einzige wirklich ganz konkrete Sache, die jetzt sie und damit auch er vorhaben. Was wir bei ihr noch weiter bedenken müssen, sie ist reizbar, Wutanfälle, verschwenderisch und ein Trunkenbold. Sie trinkt gerne und ich denke, sie ist dann bei diesen geselligen Gelagen, die er so unternimmt, mit dabei. Gut, das ist sozusagen jetzt erstmal charakterlich und wo es vielleicht erstmal hingehen würde. Jetzt müssen wir uns ein bisschen um die Familie kümmern und jetzt ist die Frage, wo wir da starten. Ich würde mal sagen, wir starten bei den drei Königen, die natürlich jetzt hier eine große Rolle spielen werden. Also zuerst muss man sagen, das Königreich von Mecklenburg-Pommern ist das Stammkönigreich, das natürlich in seiner Hand ist. Und was mir auch gar nicht so bewusst war, hier Seeland ist tatsächlich übergegangen, die Jure, das ist also Teil des Königreiches und dementsprechend ist der Herzog von Seeland auch direkt der Basal jetzt hier von uns. Das ist nochmal wichtig. Der mächtigste König und gleichzeitig auch der jüngste König ist der König von Schweden, König Lech. Der ist 32 Jahre alt und ist der vermutlich auch mit den schwierigsten Eigenschaften. Er ist fleißig, ehrgeizig und geduldig, ist gleichzeitig unser Ratsspitzel. Und von ihm wissen wir, und das ist jetzt schon eine entscheidende Geschichte gewesen, dass er noch während unseres Krieges gegen Polen eine eigene Fraktion gegründet hat, um uns zu stürzen. Das müssen wir im Hinterkopf behalten und das behält auch unser Großkönig Marek im Hinterkopf. Aber ich glaube nicht, dass er an dieser Stelle schon irgendwie den Bruch, den offenen Bruch irgendwie durchziehen will, bezüglich seines Bruders. Ich denke, er lässt ihm noch eine Chance. Was heißt eine Chance? Also er wird versuchen, ihn erstmal als Patriarch an ihn zu binden. Die Familie ist erstmal wichtiger. Wir werden uns versuchen, uns mit ihm zu befreunden und solche Geschichten. Und es gibt noch eine andere spezielle Maßnahme, die wir ergreifen werden, aber das kommt noch gleich. Aber wir werden ihn Beobachtung haben und wenn irgendetwas weiteres vorfällt, dann wird er vielleicht mit Hinterlist agieren, möglicherweise ihm den Titel streitig machen, des Königreiches oder solche Geschichten. Das müssen wir ein bisschen beobachten. Also der ist auf jeden Fall vielleicht die interessanteste Figur der drei Könige. So, dann haben wir den ältesten Bruder eigentlich. Das ist König Rodulward von Dänemark 38. Der Ratsmarschall ist. Das ist ein sehr talentierter Krieger. Ihr seht es hier. Überhaupt talentierte Könige sind das alles zusammen. Der ist großzügig, gerecht und gesellig. Also dadurch auch perfekt auf den Entsprechen des Glaubens. Sehr beliebter Typ, unnachgiebiger Verteidiger und auch noch galant. Ja, also was will man mehr? Der ist unser Marschall, ist selber auch durchaus relativ mächtig, hat vier Grafschaften und ist Herzog von Schonen und gleichzeitig König von Dänemark. Der zweitmächtigste. Der drittmächtigste, oder man könnte auch sagen, der am wenigsten mächtigste, ist der Tomasch von Litauen. Der ist deshalb am wenigsten mächtig, weil er zwar den Titel hat des Königreiches, im Königreich selbst aber kein Land besitzt, sondern nur die Grafschaft Stettin noch hinzusätzlich bekommen hat. Das bringt die Sache so ein bisschen durcheinander hier im Übrigen, weil das ja eigentlich Teil von Pommern ist und damit eigentlich Teil unseres Königreiches. Wie auch immer, er ist ein sehr talentierter Verwalter, er ist mitfühlend, gerecht und unersättlich, also ist auch sehr gerne auf den Gelagen mit dabei. Ihr seht aber, die sind eher, sag ich mal, ehrenwerte Charaktere. Kaufmännisches Genie, dementsprechend, wie gesagt, Verwalter hier bei uns. Das zu den Brüdern. So, und jetzt zu der Frage vielleicht erstmal des Verhältnisses zu diesen Brüdern. Und ich denke, dass Marek das respektiert, was sein Vater sich gedacht hat, dass das Reich in den Händen seiner Söhne bleibt. Und ich glaube nicht, dass er einfach so danach strebt, alle Macht auf sich zu vereinen. Das glaube ich nicht. Sondern gerade als Patriarch wird er jetzt darauf achten, dass alle ihre Rolle spielen und alle ihren Teil haben. Und ich denke, zumindest für ihn ist es eine Selbstverständlichkeit, dass alle Könige Teil des Rates sind. Ob das bei den nächsten Generationen so der Fall sein wird, das ist nochmal eine andere Sache. Aber das ist eine Selbstverständlichkeit. Egal, wie gut oder schlecht sie sind, sie werden Teil des Rates irgendwie sein. Und die Aufteilung seht ihr hier. Werden wir vielleicht nachher noch eine Veränderung durchführen. So, das ist das eine. Und das Zweite ist jetzt ein Prinzip, das er einführen wird. Ob das seiner Nachfolge so machen, sei auch mal wieder hingestellt. Aber um den Zusammenhalt der Familie zu stärken, wird er jetzt das Prinzip der Neffenheirat einführen. Das heißt, er wird dafür sorgen, dass seine Kinder, möglichst die Kinder seiner Brüder heiraten. Das ist natürlich ein Problem. Ihr wisst, sehr nah beieinander und so weiter. Aber gerade vor dem Gedanken des Patriarchischen, der Familie geht über alles und der Sicherung der Macht unserer Dynastie, finde ich das durchaus passend. Außerdem kann man das nach außen hin auch sehr gut verkaufen. In dem Sinne, dass göttliches Blut sozusagen nur miteinander und so weiter. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das führt uns jetzt zu unseren Kindern. Ihr merkt, dass es viel zu besprechen gibt. Das führt uns jetzt zu unseren Kindern. Und die gucken wir uns erstmal an. Wir haben vier Söhne und zwei Töchter. Also reich mit Kindern gesegnet. Und derzeit, wir gucken uns vielleicht die erstmal an. Der Älteste ist Prinz Antoni, 22 Jahre. Das ist auch der Haupterbe. Das ist möglicherweise der nächste Kotor-Herrscher. Und wir sehen, er ist gefühllos zufrieden und maßvoll und hat eine Diplomatieausbildung. Mehr wissen wir über ihn noch nicht. Wir müssen ihn auch verheiraten. Dann haben wir als zweiten Sohn Jaromar, der nach seinem Großvater heißt, 17 Jahre alt. Der wiederum ungeduldig, ehrgeizig und sadistisch. Der kommt dann tatsächlich auch nach ihm hier so ein bisschen. Okay, nicht ganz unpassend. Der hat eine Bildungsausbildung, so wie auch der andere Jaromar. Auch der muss dringend verlobt werden. Ja, dann gibt es noch hier einen jüngeren Prinz Blasje, der ist 10. Da wissen wir noch nicht so viel. Macht aber eine kriegerische Ausbildung. Und wir haben Prinz Kasper, der ist erst 3. Und ist ein Keucher. Okay. Außerdem unsere Töchter, Prinzessin Stenka, 15 Jahre alt. Und Prinzessin Dragomira, 5 Jahre alt. So, das zu den Kindern erstmal. Jetzt ist es schon mal wichtig, auf die Nachfolge zu schauen in dieser Situation. Also 4 Söhne, das heißt, es wird geteilt. Und zwar derzeit so, dass an den Haupterben natürlich das Großkönigreich, das Königreich und das Herzogtum Mecklenburg geht. An den zweiten Erben Pommern, an den dritten Erben Masowien, das wir gerade erobert haben. Und dann kriegt der andere noch ein paar Grafschaften. Das können wir aber noch ein bisschen beeinflussen. Weil wir können auch noch Herzogtümer gründen und teilweise Dinge vergeben noch. Das ist noch eine Sache. Okay. Soweit erstmal dazu. Also ihr merkt, ich muss jetzt so Stück für Stück die Dinge so ein bisschen abarbeiten. Jetzt kommen wir erstmal zu einem Hauptproblem, nämlich Masowien. Das wir tatsächlich ja erobert haben. Und das ist ein Herzogtum zu viel, mit dem wir schon was machen können. Wir könnten es, oder wir sollten es jetzt auch gleich an einen unserer Söhne geben. Der Hauptehr bekommt nicht in Frage. Ich würde sagen, wir geben das an unseren Zweitältesten, der auch schon erwachsen ist. Der bekommt das. Aber vorher würde ich tatsächlich schon mal diese ganze Hochzeitsfrage klären. Und jetzt geht es los mit diesem Neffenprinzip. Wir werden Prinz Antony, der ist 22, verloben. Und jetzt muss ich mal gucken, dass ich das irgendwie finde. Wir werden ihn verloben mit, ja, Stanislava von Kutoy Kolding. Das ist noch nicht das Neffenprinzip, aber das ist immerhin, ist das der Cousin und der beste Freund unseres Vaters. Aus diesem Grunde wähle ich das. Und außerdem ist sie einigermaßen alt, dass das in Frage kommt. Sie ist elf, in vier, fünf Jahren kann sie Kinder bekommen. Also das ist die erste Hochzeit, die ich hier unternehme. Das führt auch zu einem Bündnis mit Herzog Leszek von Seeland und wäre sicher im Sinne unseres Vaters. Okay, Punkt eins. Das betrifft unseren Haupterben. Jetzt aber, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, haben wir Prinz Jaroma. Und hier kommt jetzt das neue Neffenprinzip zum Ausdruck. Hier werde ich ihn verheiraten oder verloben mit seiner Nichte, nee, mit unserer Nichte, Prinzessin Radoslava von Dänemark. Das ist also die Tochter unseres Bruders. Sie ist Bluterin, das ist uns jetzt aber egal. Es geht jetzt hier um Stabilität. Und damit haben wir die erste Verbindung jetzt hier aufgebaut und sichern auf diese Art auch den Zusammenhalt der Familie. Matrilina ist total Banane, weil sie ja beide Krutois sind. Und den Vorschlag werden wir, ich meine, wir können es, nee, Quatsch, ist ja, wir sind ja männlich hier, unser Sohn. Okay, Vorschlag wird abgeschickt. Wir können gleich mal weiterschauen, ob wir mit den anderen so etwas Ähnliches hinbekommen. Wir haben ja auch noch Töchter. Schaut mal, wir haben zum Beispiel hier Prinz Miroslav von Schweden, acht Jahre alt. Und hier würde sich, ja, was machen wir mit Prinzessin Stenka? Das gucken wir vielleicht als nächstes. Das sind wirklich jetzt wichtige Entscheidungen. Und ich glaube, da kommt tatsächlich auch was in Frage. Nämlich, wenn wir mal schauen, da müsste, nee, Relevanz, nee. Wartet mal, ich habe, ich meine, ich hätte da was gesehen. Wir gehen mal nach Litauen. Wo haben wir ihn? Hier, Litauen. So, und da haben wir Prinz Kasimir, der ist 17. Schaut mal, der ist doch nicht verheiratet. Heirat, Aga, genau. Und da haben wir doch, können wir doch Stenka. 15, 17 passt doch perfekt. Passt doch perfekt. Also die nächste, ich nenne das jetzt mal Neffenheirat. Er ist nämlich unser Neffe. Hier können wir Materialien machen, ist wie gesagt egal, ist die gleiche Dynastie. Und damit haben wir uns mit dem Königreich Litauen, mit diesem Bruder zusammengetan. Und jetzt kommt noch das nächste, nämlich Prinzessin Dragomira, hier mit Prinz Miroslav, dem Sohn des Schweden. Hier können wir auch Materialien machen, das ist wie gesagt egal. Und schicken diesen Vorschlag ab. So, damit haben wir jetzt ein Superbündnis geschaffen innerhalb dieser Familie. Die Bande werden also immer enger gezogen. Okay, nachdem wir das getan haben, wir können ein bisschen weiter laufen lassen. Was gibt es jetzt hier? Nachschub. Kette der Konzepte. Was ist das denn? Heute kam Gräfin Bertha mit einer interessanten Idee zu mir. Sie meinte, es könnte hilfreich sein, eine Debatte am Hof wie eine hart umkämpfte Schlacht zu sehen. Verschiedene Akteure verfolgen unterschiedliche Ziele. Alle versuchen, die Unterhaltung zu ihren Gunsten zu lenken. Aber nur einer wird obsiegen. Okay. Einfache Gesprächsstrategien, das bringt uns Diplomatie und Kriegsführung. Sehr interessant. Unsere Cousine, was die für Ideen hat. Ich glaube, wir müssen das auch gar nicht laufen lassen. Wir können eigentlich die Sachen schon machen, die ich machen will. Ich wollte ihm nämlich das Herzogtum geben, Titel vergeben. So, das machen wir jetzt. Und zwar bekommt er das, was hier in dem Herzogtum liegt, plus das Herzogtum selbst. Außer die Grafschaft von Plok. Hier bleiben wir mal dabei, dass das möglichst in unserer Hand bleibt. Ob das in Zukunft immer noch so sein wird, weiß ich nicht. Aber so machen wir das mal. Passt für ihn gut. Sieben von acht. Der wird damit unser Vasall. So, und unser Herzog. Und das führt auch zu einer Veränderung der Erbsituation. Das heißt, er hat ja jetzt Masowien. Das heißt, er wird jetzt Pommern erben. Was aber egal ist. Okay, damit haben wir diesen Malus, diesen Meinungsmalus erstmal weg. So, jetzt müssen wir uns erstmal anschauen, wer sind dann unsere direkten Vasallen neben den Königen. Die sind ja nämlich auch noch wichtig. Wir haben einmal Herzog Leszek. Herzog Leszek von Seeland ist der Freund unseres Vaters gewesen. Derzeit Ratskanzler. 37 Jahre alt und uns einigermaßen zugetan. Ich möchte aber seine Position ein bisschen verändern, weil es gibt noch ein oder zwei andere Leute, die ich in den Rat bringen will. Und jetzt muss ich selber mal schauen, wer das ist. Ja, genau. Diesen hier. Graf Piotr. Der ist Neffe. Und Graf von Pleskau. Und tatsächlich auch ein mächtiger Vasall. Erstaunlicherweise. Obwohl er nur Graf ist. Und den würde ich gerne auch in den Rat holen. Jetzt ist aber die Frage, er ist nicht sehr talentiert, außer im Bereich Diplomatie. Deswegen ist meine Idee, dass wir Leszek wiederum zum Prediger machen. Wenn wir ihn hier finden. Das müsste eigentlich gehen. Leszek. Genau. Neu zuweisen. Ach so, der bedenkt einen anderen. Der bedenkt jetzt erst diese Verlobung. Okay, dann müssen wir das erstmal abwarten. Bevor wir diesen Zug machen. Ja, alles klar. Er hat sich bedacht. Prima. Das muss uns übrigens nicht nervös machen. Die Krieger von Perun sind jetzt nicht mehr uns direkt zugeordnet. Das ist aber kein Problem. Die Krieger sind natürlich nach wie vor für uns verfügbar. Weil sie Teil unseres Reiches sind. Okay. Also, jetzt hat er sich das überlegt. Jetzt können wir hoffentlich ihn dort einsetzen. Herzog Leszek neu zuweisen. Genau. Die Dame wird aus dem Rat verwiesen. Und hier können wir jetzt als Ratskanzler diesen Graf Piotr reinnehmen, der jetzt schon deutlich besserer Meinung über uns ist. Soweit erstmal dazu. Wo wir jetzt gerade schon beim Rat sind, können wir hier auch die Dinge einstellen. Ja, religiöse Beziehung. Wir versuchen mal Gemeindebekehrung. Wobei direkt die Unzugehörigen sind, glaube ich, schon bekehrt. Aber wir sollten weitermachen. Auch wenn das, naja, es betrifft uns. Wir machen mal hier weiter. Es war nicht direkt unser Gebiet, aber okay. So, hier machen wir unbedingt heimische Angelegenheiten. Hier machen wir erstmal Steuern eintreiben. Das ist in Ordnung. Hier denke ich mehr Kontrolle. Da gibt es, glaube ich, eine, eine, aha, Danzig. Da ist mehr Kontrolle nötig. Das werden wir dann hier mal machen. Schicken wir hin nach Danzig. Ja, und König Lech, den werden wir jetzt mal spionieren lassen. Und zwar in unserer eigenen Hauptstadt. Mal gucken, was wir so erfahren über unsere Vasallen. Denn, und das ist das nächste große Ding, was man beachten muss. Diese Vasallen, diese Mächtigen, die sind einigermaßen im Griff zu bekommen. Aber wir haben wahnsinnig viele Grafen-Vasallen, die uns alle hassen wie die Pest. Warum kommt das? Woher kommt das? Wir sehen das hier. Absolute Lehnsautorität spielt eine große Rolle. Minus 30. Das ist was, was ja unser Vater eingeführt hat, der fest im Sattel saß. Er wird das noch lassen. Kann sein, dass er irgendwann notgedrungen das reduzieren muss. Dann haben die alle Probleme teilweise mit die Jure-Herzogtümer, die gehalten werden in ihrem Gebiet. Dann müssen wir bedenken, wir sind hinterlässig. Das ist eine Sünde in unserem Glauben. Und wir müssen bedenken, dass wir Mörder sind. Das bringt auch noch minus 15. Außerdem gibt es tatsächlich noch einige Altgläubige, überraschend viele, unter den Grafen. Da müssen wir mal sehen, was da möglich ist. Da ist aber im Moment relativ wenig möglich. Aber vielleicht bekommen wir Druckmittel. Deswegen auch das Geheimnisse aufspüren, um das zu verändern. Okay, soweit. Dann wäre es noch zu erwähnen. Der einzige Herzog, der uns noch direkt zugeordnet ist, ist der Herzog von Pomerellen. Der ist aber kein mächtiger Mann. Kann aber auch vielleicht ein bisschen Stress machen. Wobei er 700 Leute aus dem Hause Muhu. Mal gucken, ob wir die noch irgendwie einbinden können. Okay, soweit zum Thema. Ganzes Thema Vasallen. Und jetzt will ich für unseren dritten Sohn, der noch nicht erwachsen ist und Ausspielungsschwerpunkt Kriegsführung hat, einen Vormund bestimmen. Und da würde ich gerne unseren Bruder, König Rodovat, nehmen, weil der ja ein großer Krieger ist. Da passt das doch bestimmt. Aber das geht nicht. Achso, weil er auch einen Vorschlag bedenkt. Ja, alles klar. Das müssen wir dann auch noch erstmal wieder abwarten. Da haben wir ihn schon. Er nimmt das Verlöbnis an. Hervorragend ausgezeichnet. Dann können wir ihn jetzt hoffentlich anfragen. Und zwar Mündel anbieten. Äh, nee. Das geht so nicht. Warte mal. Wie geht das? Geht das überhaupt, was ich mir hier... Ah, wisst ihr was? Wir müssen erstmal uns als Vormund entfernen. Wir sind nämlich bisher selber Vormund. Das finde ich aber für einen Großkönig unwürdig. Und dann gucken wir mal, ob das jetzt geht. Mündel anbieten. Ja, jetzt geht es. Wunderbar. Und er selber soll das übernehmen. Das wird, glaube ich, auch nochmal seine Meinung erhöhen. Ja, plus 15 ist doch gut. Vorschlag abschicken. So, die Sache wäre auch getan. Dann kommen wir jetzt mal zu anderen Dingen. Was ist jetzt los? Achso, Vormund. Das haben wir jetzt gerade erledigt. So, das nächste Thema Champions und Champions einladen. Nehmen wir uns der Sache mal an. Wir haben neun Champions zur Verfügung. Wir gehen das jetzt einmal durch. Gucken, was wir erlauben und nicht erlauben. Das sind schon ganz gute Leute. Wir können vielleicht noch neue, aber dazu bringen kann man nie genug haben. Ich denke, die Könige werden nicht als Champions kämpfen. Selbst wenn sie Ratschmarschelle sind. Das kommt mir komisch vor. Unser Ratskanzler. Na, dem erlauben wir das mal. Das ist ein guter Mann. So, unser Sohn. Dem verbieten wir das. Das auch verbieten. Das ist soweit in Ordnung. Wir gehen da einmal durch. Vasall, Vasall, Vasall. Das ist alles kein Problem. Sohn wird verboten. Das ist sogar der Spielererbe. Unser Cousin Ratsprediger. Dem werden wir das auch verbieten, weil er zu schlecht ist. Dem König ebenso. Der Herzog kann gerne kämpfen, falls das mal überhaupt relevant werden sollte. Okay, alles klar. Das hätten wir gecheckt. Und ich würde sagen, wir nutzen auch die Gelegenheiten und werden ein Herold entsenden, um geeignete Männer noch zu rufen. Gute Champions kann man immer gebrauchen. So, dann nächstes Thema Pilgerreise. Ja, das sollten wir auf jeden Fall machen. Es ist ja Tradition, dass wir nach dem Antritt erst einmal nach Rügen reisen. Deswegen werden wir diesen Ort auswählen. Besuchen wir die Tempel von Arkona. Ja, kostet 175 Gold. Okay. Die Sache ist gelaufen. So, dann gucke ich mal. Das interessiert uns nicht. Das auch nicht. Titel schaffen könnte noch ein Thema werden. Erste Bündnisse sind möglich. Das sollten wir intern auf jeden Fall immer machen. Das ist irrelevant. Und dann haben wir noch zwei unwichtige Gefangene, für die wir wenig Lösegeld fordern können. Aber das spielt gar keine Rolle, ob die jetzt noch dort sind oder nicht. Okay. Das Letzte, was wir prüfen, ist, wie es aussieht mit dem Hofarzt. Und da haben wir eine gute, angesehene Hofärztin mit Gaira. Da brauchen wir, glaube ich, entsprechend nichts zu ändern. Gut, liebe Leute. Wie angekündigt, wir werden noch die Abreise hier gemeinsam erleben. Als ich mich auf meine Reise vorbereite, weiß ich, dass mich die himmlische Hand vor allem unheil beschützen wird. Ich werde zwar nicht lange weg sein, doch ich bete dennoch, dass dem Reich während meiner Abwesenheit nichts zustößt. So, es ist Zeit für die Abreise und auch Zeit für das Ende dieser Folge. Wie angekündigt, ist hier kaum Zeitfortschritt passiert. Aber ich denke, wir haben die Grundlage gelegt für die neue Herrschaft hier von dem Großkönig Marek. In der nächsten Folge geht es dann weiter. Bis dahin macht's gut. Euer Steinwallen.